Hallo, lieber Pastor Moses Park. Hier ist der Heimatland Südkorea, wurde geboren und aufgewachsen war. Heute ist dein 16. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum deinem Geburtstag. Wenn wir zurückblicken, treffen wir uns früher in der Chongqing Universität als Student und Lehrer. Der Pastor Park hat bereits seinen 16. Geburtstag, also fühle ich mich, wie die Zeit vergeht. Ich erinnere mich, dass Pastor Park damals ein junger Mann mit vielen Träumen und Mut hatte. Vor langer Zeit ging er in die USA und studierte Theologie an dem Lutherischen Theologischen Seminar. Und es ist eine erstaunliche Bestimmung und Gnade unseres Gottes, ein Pastor zu werden, der die amerikanische Kirche pfleggt. Und ich bin sehr stolz darauf, dass sie als Pastor der evangelischen Lutherischen Kirche in USA den Dienst unseres Herrn Jesu Christi innehaben. Lieber Pastor Moses Park, zu dieser Zeit vermute ich, dass du von vielen Pastoral-Kollegen in der evangelischen Lutherischen Kirche den 60. Geburtstag feierst. Ich wünsche Ihnen allen eine glückliche Geburtstagsfeier. Und ich wünsche dir auch, dass du mit deiner Familie in Zukunft gesund bleibst und dass du die kirchliche Gemeinde, unseres Herrn Jesu Christi, gut pflegen würdest. Alles Gute, Gottes Degen. Tschüss.